Hey, hey, hör doch mal auf. Was ist denn mit dir los? Er kann nicht damit aufhören. Er ist krank. Wie jetzt krank? Er sieht ja gar nicht krank aus. Er benimmt sich nur komisch. Ja, seine Krankheit kann man auch nicht sehen. Die ist nur in seinem Kopf. Das kommt daher, weil er ganz schlecht gehalten wurde und nie gelernt hat, wie man sich richtig verhält als Bär. Dann entwickeln viele Tiere solche Störungen, die sie nur ganz schwer wieder ablegen können. Oh, ja, das klingt furchtbar. Ich möchte nicht, dass er weiter leidet. Wie können wir ihm denn helfen? Ein erster Schritt ist schon getan. Er ist jetzt schon mal hier im alternativen Bärenpark. Hier hat er viel Platz, gutes Futter und kann seine Instinkte wieder entdecken. Aber das braucht natürlich Zeit. Hm, und wie lange dauert sowas? Das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Manche lernen es ganz schnell und verhalten sich nach kurzer Zeit wie ganz normale Bären. Andere brauchen sehr lange dafür. Und wie lernen sie hier das Bär sein? Na, durch dich zum Beispiel. Wenn du ihm ab und zu mal das Futter klaust oder ihn mal etwas ärgerst, dann lernt er, dass er sich und sein Futter auch mal verteidigen muss. Und er lernt, besser aufzupassen und seine Umgebung im Blick zu behalten. Das kann er nur, wenn er aufhört mit dieser eintönigen Bewegung. Ja, das klingt logisch. Dann werde ich mich jetzt gleich mal vorsichtig annähern und schauen, ob ich ihn aus seinem Fehlverhalten rausholen kann. Mach das mal. Das wird schon mit der Zeit. Er muss jetzt viel lernen, aber hier hat er ja alle Zeit der Welt dafür und die besten Voraussetzungen für ein tiergerechtes Bären-Dasein. Das war's für heute.